Gute Maaaiiiiit Hello! 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 40! Heute ist der Tag angekommen, in dem ihr mir beim Aufräumen, Putzen, Saubermachen, Organisieren, Helfen müsst. Normalerweise bin ich die Königin des Ordnung. Aber weil meine Psyche und mein mentale Status momentan kompletter M*** ist, so sieht auch meine Wohnung aus. Meine Wohnung ist actually eine Müllhalde. Und ihr seid meine einzige Motivation, diese Sch*** zu putzen und zu reinigen und so alles das machen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen drum, was zu tun ist. Don't judge me. Dort sind Kleider im Weg. Disgusting. Das ist zum Aus. Wieso ist alles so dunkel? Eine Müllhalde. Ich kotze gleich. Das ist zum Ausräumen. Da es gibt Millionen PET-Flaschen, die halb voll, halb leer sind. Dort ist meistens eine Bergkarton, die ich als Erste entsorgen werde. Die habe ich schon dort vorne getan. Das ist Farbe für die Wand, der seit einer Woche im Weg steht. Dann haben wir Disgusting. Voller Staub. Disgusting. Über diesen Wäscheraum werde ich gar nicht reden. Und über dieses Zimmer, wo momentan meine Schwester schläft, werde ich noch weniger darüber sagen. What the f*** ist das? Und die Bäder sind, of course, nicht besser aus. Aber das Erste, was ich heute machen werde, ich gehe zum Arzt. Ich werde gucken, ob ich eine Überweisung bekomme, für bei einem Psychologe zu gehen. Und ich möchte auch so Kontrollen machen lassen. Weil sie so Schilddrüse kontrollieren lassen. Weil meine Tante hat mir auch gesagt, sie hat zwei Kolleginnen gehabt. Sie haben auch so Panikattacken und alles das gehabt. Und bei denen war wegen der Schilddrüse, weil die Schilddrüse anscheinend zu viel oder zu wenige Hormone produziert hat. Vielleicht habe ich dort ein Problem. Und ich bin doch gar nicht psychischer M***. Aber sehr wahrscheinlich schon. Zuerst gehen wir zum Arzt. Und danach, wenn ich zurückkomme, putzen wir, räumen wir. Wir leben das Beste. Auch zum Beispiel das. Jo, 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 jo. Nicht mal den Satz kann ich beenden. Ich will nicht wissen, wie viel Staub auf dieses Regal... Es könnte schlimmer sein, aber es könnte auf jeden Fall besser sein. So, meine Kinder. Falls euch mein heutiges Outfit interessiert. Traininghosen. Hübsche Schuhe, die ich schon halb demoliert habe. Can you... Dort haben wir den Karton. Da haben wir meine Tasche. Da habe ich den Schlüssel drin. Yes. Handy, die nicht in die Tasche reinpasst. Und let's go. So, meine Kinder. Erstes Top. Müllensorgung oder halt Karton, PET-Flaschen. Und... Und Metall, diese Red Bull-Dings. Das ist... Was ist das für ein Metall? Das ist... Und dann gehe ich zum Arzt. Dann melde ich mich. Tschüss. Tschüss. Meine Kinder, ich bin gerade zurück vom Arzt. Und wir überlegen. Ja, Mann. Oh, mein Gott, bist du süß? Beim Arzt war es super. Ich muss einfach nur herausfinden, zu welchem Psychiater ich gehen möchte. Und dann muss ich ihn das einfach schicken. Und er wird mich dann dort überweisen. Dann... Und... Ich habe Kräuse angekauft, die ich schon im Auto gegessen habe, während ich gefahren bin. Ich habe ein Sandwich gekauft. Und ich habe auch noch... Kareten-Torte gekauft. Kareten-Torte! Aber bevor wir mit dem Video anfangen, werde ich essen. Und ich werde ein paar Minecraft-Videos gucken. Und dann fange ich an zu putzen. Let's go! So, jetzt ist es fertig. Deswegen fangen wir jetzt direkt mit dem Putzen an. Weil ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Als erstes nehme ich all die Tücher und ich werfe sie in die Waschmaschine. Das tue ich auch in die Waschmaschine. Diese auch. Mein Gott, was ist in diesem Sch*** Waschbecken passiert? Uh, uh, uh! Arabem! Schnell und intensiv! Zum Waschen mag ich diesen Persil. Mein Gott! Einfach komplett daneben. Und diese Softlan Ultra. Weil ich will dann wie ein Baby riechen. Nein! Let's go! Zuerst fange ich an, Sch*** aufzuräumen, die überall auf diese Nachttischen gibt. Meine Tropfen zum Schlafen. Die mag ich. Die bleiben schon da. Wasser nimmt mit. Meine energetischen Stein! Das ist das auch für in die Küche mitzunehmen. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ich verstehe nicht einfach, wie gewisse Gabeln oder so einfach dreckig bleiben können. Eww! Und jetzt, dass die Spülmaschine leer ist, müssen wir diesen Dreck halt reintun. Boah, ich find's so disgusting. Spülmaschine einräumen. Wirklich a piece of s***! Boah, dass meine Schwester die ganze Zeit Tabletten überall lässt. Das ist so ätzend! Bye! Jetzt muss diese S*** Fläche gereinigt werden. What is this disgusting? Er ist Kalk. Dreck überall. Für die Küche zu putzen, benutze ich immer diese Sipuro. Glaskeramik. Ein bisschen. Für diese Stein-Counter benutze ich immer diese Fox-Wassermelonen-Discusting-Ding. Das gleiche ist für die Lavaboard. Und für diesen entkalkten Hund muss ich das Produkt holen gehen. Anti-Kalk. Glaskeramik. Und nehmt die grüne Seite. Immer nur mit das Gelbe, weil sonst verkrasst man das komplette Ding. Und man kann sich dann komplett... Hänge. Damit das grüne Teil von dem Schwamm putze ich einfach den Stein. Ein bisschen Eis am Ar. Putzen macht Spaß! Oh, irgendetwas riecht nach Schwanz. Mmh. What is this? Ist das ***? Boah. Ich kotze. Ich habe diese hässliche vor zwei Tagen gewechselt. Tadaa! Aufgabe Nummer eins. Check! Als nächster Step werde ich schnell die Kleider von meiner Schwester alle in ihren Zimmer bringen. So dass ich diesen hässlichen Steh-Wie-Kleiderstange oder wie dieser Müll heißt, nicht mehr im Weg ist. Yay! Ahh! Jetzt, wie die Heilige Maria ich bin, werde die ganze Wäsche, die aufgewaschen werden müssen, separieren. Und da die frischen werde ich schön falten. Ne, aber dann ist für meine Schwester auch eine schöne Überraschung, wenn sie kommt. Dann ist mindestens alles fertig und wir können dann morgen was zusammen machen, ohne uns Sorgen zu machen. dass wir zuerst nach sieben Stunden die Wohnung putzen müssen. Ich habe auch meine Lieblingshosen, die ich aufhängen muss. Die sind nach Maß gemacht worden. Und guck, hier steht sogar Plastik. Because of what? Eine Plastikpuppe. Eine Sache, die ich auch am Wochenende immer machen muss, ist mein Bett von meiner Schwester auseinandernehmen, weil am Wochenende schläft sie mit mir. Und dieses Bett versäuchte ich dann in die Wäscheküche, weil unter die Woche arbeitet sie ja jeden Tag. Und muss sie immer um halb fünf aufwachen. Und wenn wir zusammen schlafen, dann weiche ich auch immer direkt auf. Eins, zwei, drei. Mein Gott. Maria. Hilf mir. Wie gesagt, da ist immer noch eine Müllhalde. Aber Step by Step kommt alles gut. So meine Kinder, meine Lust zu leben ist gerade wirklich wieder null Prozent. Ich werde trotzdem dieses Video weitermachen. Aha. Ich zöne mindestens ein verkehrtes Mal. Vielleicht ist da meine Stimmung ein bisschen besser dran. Mein Gott, mein Finger brennt gleich davor. Aber nein. Diese schöne Decke kommt wieder in diesen schönen Ort. Hey. Es sieht irgendwie scheiße aus, aber naja. Hier brennt ein Bett. Ich muss das Bett jetzt auseinander nehmen. Weil ich möchte das unbedingt neu beziehen. Und da, da hab ich neue Wäsche. Oh. Tadaaam. Sieht gar nicht mehr wie scheiße aus. Ich muss jetzt nur diese Tische putzen. Und dafür holen wir das Ajax Streifen frei. Ich finde, das riecht auch so toll. Und jetzt, für den letzten Round, kommt der Anti-Kalkar. Anti-Kalk. Super alt. Weil bei uns, es gibt recht viel Kalk. Nächstes Bart. Ha! Du Schab, ich sei kurz im Gepuls. Step Nummer zwei. WC-ente. Fruidopia. Total aktiv. Mein A**. Lass. Geh auf. Mein Gott, wie geht das auf? Yes. B**ch. So. 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 Dretsch. Wenn nicht pink ist, ist dann... Und Ajax für die dreckigen Spiegel. Innen drin. Daaaann. Spiegel zwei. Als nächstes WC. Goldene WC-Bürste. Ich bin eine Königin. Vielleicht eine bürgerliche Königin. Aber eine Königin. Aaaaaaah. Second one. Zack. 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 WC. WC. Another WC. Und als letztes Schwamm. Nass machen. Und putzen. Leila. 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 Witsch. Ratet mal, wer danach ein Bad nehmen wird. A-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G. Ich habe sogar eine Kerze angezündet. Warte da. Guck. Alles ist einfach sauber. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. But we did it. It's a win for us. Yeah. In the making habe ich mir einen Nagel kaputt gemacht. Aber ich gehe am Montag sie reparieren. Also, wenn ihr das Video gerade online seht, mein Nagel ist schon repariert. Es war fern. Es war anstrengend. I'm gonna take a bath right now. Ja, bis zum nächsten Video. Nächste Woche. Boba. Dema da bleibin. Doa. Mua. Vergiss nicht zu abonnieren. Werbungen durchzugucken. Can you please leave me alone? Und Boba. De doa. Mua.